Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 6. November Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Philippa 3, Vers 20 Einfach unmöglich, sagt das Herz zu dieser Behauptung des Apostels. Ich muss doch in dieser Welt leben. Ja, erwidert der Apostel, ich musste ja auch in dieser Welt leben. Aber wer als Glied zur Gemeinde Jesu zählt, in der er selbst als Haupt ist, der gehört doch zuerst und vor allem zu dem Haupt. Sein Bürgerrecht und seine Heimat sind im Himmel. Und hier ist er ein Fremdling, ein Ausländer, ein Gast. Die Welt lacht oder empört sich. Jetzt haben wir euch Christen. Seht ihr, dass ein wirklicher Christenstand völlig untüchtig machen muss für diese Welt? Wie könnt denn ihr Jesusjünger in dieser Welt noch etwas leisten, wenn ihr nur im Himmel zu Hause seid? Was sollen wir dazu sagen? Ist das wahr? Ach nein, es ist ein Gedankenkurzschluss. Ein Vergleich sollte es verdeutlichen. Ein Staatspräsident macht in einem fernen Lande einen offiziellen Besuch. Als alle Feierlichkeiten abgewickelt waren, lud er seine Landsleute, die hier im Ausland lebten, ein zu einer Party. Und dabei hielt er eine große Rede. Der Inhalt war, ihr hier im Ausland vertretet gewissermaßen als Botschafter unserer Heimat. Ihr müsst euch dessen bewusst sein und darum ganz besonders tüchtig, vorbildlich, ehrlich und sauber leben. Keinen Augenblick kam der Präsident auf den Gedanken zu sagen, weil ihr hier Fremdlinge seid, könnt ihr hier gar nichts leisten. Im Gegenteil, weil ihr Fremdlinge seid, sagte er, werdet ihr besonders tüchtig sein in allem. Was das für uns Christen bedeutet, kann sich jetzt jeder selber übersetzen. Herr, hilf, dass wir unserer himmlischen Heimat keine Schande machen. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen. Amen.